So, schönen guten Tag, meine Fitnessfreunde. Ich habe heute ein kleines Video für euch vorbereitet, einfach mal um euch zu sagen, dass wir neue DVDs bekommen haben. Viele von euch haben es schon mitgekriegt, viele haben auch schon welche ausgeliehen, aber sie sind jetzt da da. Und deswegen wollte ich euch mal etwas zeigen von dem neuen Film, den wir jetzt hier ausleihen werden, ab nächster Woche. Unter anderem ist das die Bestimmung, Insurgent, sehr guter Film, schon das Schaf, soll sehr witzig sein. Chappie, auch sehr gut, habe ich auch selber schon gesehen, sehr schöner Film. Für die Jüngeren unter euch, der Kaufhaus Corp 2 mit Kevin Shames, auch ein sehr guter Film. Und unter anderem noch Mad Max Fury Road, der ist aber gerade ausgeliehen, eben gerade weil er so begehrt ist. Wurde der schon mitgenommen, der müsste aber auch bald wieder da sein. Und noch Run All Night, der ist auch sehr gut. Also wirklich gute Bewertungen bekommen, gute Kritiken. Außerdem gibt es eine Aktion die nächsten Wochen. Und zwar werden wir in jedem der Filme in der nächsten Zeit Gutscheine verstecken. Also einmal entweder Solarium Gutscheine oder Getränke, also Shake Gutscheine. Bedeutet, ihr habt einfach die Möglichkeit, einen Film auszuleihen. Und noch die Chance, ungefähr in jedem fünften oder in jedem zehnten, müssen wir mal schauen, wahrscheinlich sogar in jedem fünften. In der fünften Hülle wird ein Getränke Gutschein drin sein. Bedeutet, ihr leitet den Film aus, schaut rein, guckt, ob da ein Gutschein drin ist. Und wenn einer drin ist, könnt ihr natürlich auch noch umsonst euch einen Shake holen. So, wie gesagt, für die, die es noch nicht wissen, drei Tage lang dürft ihr die Filme umsonst ausleihen. Kommt vorbei, kommt ins Training und nehmt euch gerne einen mit. Fragt einfach einer Theke nach oder schaut im Computer einfach, ob der Film gerade da ist. Schöne Wochen noch.